Auch in der Slowakei können wir uns eines gutaussehenden Mannes mit Hollywood-Look rühmen. Der Schauspieler des Slowakischen Nationaltheaters glänzte bereits in vielen interessanten Filmen, sowie Fernsehserien und Projekten. Vor einigen Tagen freuten sich die Fans auch über die Nachricht, dass der beliebte Richard in die derzeit beliebteste TV-Serie, Mom for Rent, einsteigt. Ich muss zugeben, dass ich mich nach dem Ende von Let's Dance in den Flugmodus versetzt habe. Ob Sie es glauben oder nicht, ich habe seit Let's Dance 20 Kilo zugenommen, sagt der Schauspieler offen im Marquesas Teleran. Nun, ich sage Ihnen, ich wollte es nicht wirklich. Aber wenn man bedenkt, dass ich das Gefühl hatte, dass Oscar in Mom for Rent ein bisschen bei mir sein sollte, dachte ich mir, das fügt Outner lachend hinzu. Der gleichzeitig behauptet, dass er bereits daran arbeite, Gewicht zu verlieren. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.